Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nicht nur der Sommertauern ist das Angebot an frischem Gemüse und knackigem Salat gross. Auch jetzt im Winter stehen Ihnen bei Goppe fast unbegrenzte Auswahl von schmackhaften Vitaminspender zur Verfügung. Neben den typischen Schweizer Angeboten wie Rohkraut, Kabisse, Sellerie oder Rande können Sie mit weiteren Salatsorten nach Herzenslust Farbe und Abwechslung in den Menüplan bringen. Damit beim Zubereiten die wichtigen Nährstoffe und Vitamine nicht verloren gehen, sollte man die verschiedenen Salate auch nicht zu lange im Wasser liegen lassen, sondern nur kurz und gründlich waschen. Und wenn Sie Ihre Lieblingssauce auch nicht gerne verwässert haben, den Salat immer gut abtropfen. Am besten geht das mit so einer Salatschleudern, die Sie auch bei Goppe kaufen können. Die Rüeblchen sind zur Zeit ganz besonders günstig, weil nämlich die letzte Ernte im Herbst im Wallis und auch im Berner Seeland ausserordentlich gross war. Und dank modernster Lagermethoden können Sie die Rüeblchen bei Goppe bis im Frühling rein kaufen. Die Rüeblchen gehören ja zum vielseitigsten Gemüse, das man kennt. Denken Sie neben dem Rüeblinsalat an die traditionelle Rüeblitorte oder an einen frischenden Rüeblinsaft. Zwar nicht mit Rüeblchen, aber eben auch mit einem Gemüse ist das Goprezept von dieser Woche zubereitet. Frische Gemüse, ein paar Eier und aromatische Gräuter, das ist alles, was man für eine feine Gemüseammelette braucht. Zwiebeln, rote, grüne Peperoni, eine Tomate und Champignons fein schneiden. Speckwürfel anbröteln und das Gemüse dazugeben. Eben 5 Minuten mit Tänfen. Dann würzen mit Salbei, Timian, Majoram und Rosmarin. In einer zweiten Teflonpfanne in wenig heissem Anken vergewühlte Eier mit Milch kurz anstocken lassen. Und dann die Hälfte vom Gemüse drauf verteilen. Von der Seite her sorgfältig gegen die Mitte umschlagen. Auf einen Teller anrichten, warm halten und aus den restlichen Zutaten die zweite Amelette zubereiten. Und dann können Sie Ihre Familie damit überraschen. Sie wissen ja, das Rezept steht in der Koop-Zeitung und morgen den ganzen Tag im Teletextzeiten 270. Und damit wären wir am Schluss für heute und denken Sie daran, Rüebli sind gut für die Augen und schärfen den Blick. Jetzt zeigen wir Ihnen nämlich noch, was Sie bei Coop von morgen an wieder günstiger einkaufen können. Alle Coop-Blumenabteilungen offerieren Ihnen einen schönen Strauss Spraynägel für nur 3,90 €. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei paar Wienerli, wack verpackt, normal oder light, 50 Graben günstiger. Ein Liter Sinalko statt 1,45 € nur 1,10 € und die Tarasse an 12 Flaschen statt 17,40 € nur 13,20 €. Bombschips, Zweifel, Natur oder Paprika statt 3,25 € nur 2,45 €. Digger Schmelzkässcheibe 150 Gramm nur 1,65 €. Korallwäschpulver statt 10,50 € nur 8,40 €. Und noch morgen übermorgen und am Samstag ein Sacher Cake 250 Gramm statt 3,50 € nur 2,70 €. Moro Blutorange, das Netz an 2 Kilo für nur 2,20 €. Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!